Du bist mir halt mitten vor's Auto, Depp! Ah! Oh, ein Distillery. Oh! Da gibt's doch die Benchmark-Szene. Und Misery Lane, das ist auch schon mal so ein perfekter Name. Jo, damit erst mal herzlich willkommen zurück zu Mafia 2. In der letzten Folge war ein bisschen viel Fahrerei. Jetzt hier dann mal Action. Was hat dich in den USA gebracht? Mussolini. Ja, wo'd you buy your ticket? Don't be a smartass, Joe. My father was a man of honor. And things got pretty bad for us after Mussolini came into power. My old man figured I'd either get drafted or locked up. So, he sent me to America and got me a job working for Comente. Oh, 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 oh. Wir sind schon mal enttarnt. Das ist gar nicht gut. So, what happened to your father? He said he was to Walt to make the trip. Mussolini had him arrested and he died in jail. They won't even turn his body over for a proper burial. That's rough. So, how's your English so good? They're coming. Those black cars. Vito, ain't for the fat bastard. We gotta nail him before he gets in the building. Get ready. Alright, I'm on it. Alright, showtime. They got guns up there in that window. They got guns. We got them all. Stop shooting that fucking thing. I'm going done from here. Ja, reg dich halt auf. Ich kann eigentlich nichts dafür und das Ding so laut ist. Oh, sehr schön. Ah, jetzt muss ich den Typen da reinfolgen. Geben hier ab. Ja, benutze mal du mal deine Munition. Ich hab echt ne... Ich hab nicht so viel irgendwie. Auf jeden Fall. Ach. Oh, scheiße. Muss ich da drüben rein? Ach, glaub ich muss hier rein. Ah. Okay. Treffdi. Haha. Ausgerutscht und gestorben. Oh, ist noch mehr los. Schnell rein. Komm. Oh, Mann. Mein Maus ist irgendwie noch zu schnell. Was soll denn das? Ich hab das doch schon so langsam gemacht, wie's geht. Okay, der kann nix dafür. Den lass ich. so ich spiel das jetzt mal ein bisschen wie mafia 1 aus der luft oh shit ist der der crazy oder was alter schwede da hat noch irgendjemand eine automatik in der hat ja den spruch kennen wir schon okay der mit der pumpe hat mich ja noch voll umgeräumt soll das ich möchte auch mal mit mitspielen das hat jetzt irgendwie besser funktioniert hier draußen immer mit der geduld er immer mit der ruhe also auf dem kopf das funktioniert es nicht nur besser als mafia 1 welcher war das warum einfach nur weil ich es kann so ja versuch nummer 3 ja sage mal irgendwie sterbe ich ziemlich fix ja los 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 ich möchte das jetzt mal hier schaffen ich hänge irgendwo verflixt wieso haben wir eigentlich wieso haben wir eigentlich so viel was ist denn das für ein haufen ich muss jetzt gleich durch wechseln voll ins kreuz das war ein headshot so kommt zeig dich zeig dich zeig dich ja laufen mir vor die sicht stellt der sack ich bin ich muss jetzt mal ein bisschen langsamer machen hier ist da drin noch einer nö oder ja der nächste war dann hier oben so hab dich du schwein zu hin irgendwas nö hier gibt es nichts alles klar ich meine ich war halt gerade in der gegend hätte er sein können dass er so ein doofer playboy rumliegt und was lassen es ist immer ein stückchen zu schnell die maus des gibt es da nicht So, jetzt hab ich dich, aber du Sack. So, Munition hab ich. Ah, da krieg ich der andere. Kannst nix dafür. Ich werd mich jetzt bewegen. Okay, voll die, also die Schießerei ist schon irgendwie geil. Okay, ich schlag den Knopf. So, ich hab schon gedacht, ich bin jetzt hier irgendwie so. Was machst du denn, Joe? Was? Hörst du? Sehr guter Sachen. Du solltest es versuchen. Du trinkst auf dem Job, oder? Du bist ein Irischer. Sehr schön. Drinking on the Job. Shit. Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Ja, nicht nur auf dich, Mann. So, jetzt hab ich die Thompson, ne? Ins Gesicht. Der war gut. Da ist er. Oh, die ist geil. Wie schon Mafia 1, ey, ist die richtig gut. Oh, du liebe Güte. Okay. Der hat jetzt doch geschossen. Ah. Fuck you. Come on. Sorry you was fucked. Ohohohoho. Das ist ein fetter Overkill. Henry, you okay? Where did he hit you? Of course I'm not fucking okay. He shot me in the fucking leg. Oh, yeah. It's bleeding all over. Get me to El Greco. The fucking painter? No, the fucking doctor you were, you. The Greek guy lives up in Hypergast. Okay, let's get in the car. Oh, oh, Marroni. You're heavier than you look. Okay, ich hab zumindest einen Safepoint. Schau mir aus. Geh' dir schnell, du hast ihn über einen Meilen verloren. Hey, vorsichtig! Es tut mir leid. Ja, gut, du kannst gehen, wenn du keinen Moment aufhörst. Nein, bitte. Ich will nicht sterben. Nein, nein, nein. Oh, shit. Da passiert's. Wo komm ich jetzt am besten raus? Gibt es hier? Hier? Hier ist auch nichts. Scheiße, 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 Scheiße! Ist nicht okay, 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 sondern... Scheiße, Scheiße, Scheiße! Ist hier noch irgendwo... Ah, hier! Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße! Dick! Scheiße, Scheiße! Du hast fast meine Balle zerbrochen. Geh' dir schnell, du hast ihn über einen Meilen verloren. Also, das wär' jetzt echt ne richtig fiese Nummer. So, warte mal. Aber ja, ich kann hier erstmal durchrennen, die ersten paar Meter. Ein bisschen Muni sammeln. Ein bisschen rumgucken. Ja, ist hier alles im Safe. Ja, ja, komm, lass mich laufen, lass mich laufen. Ich will den da hinten erwischen jetzt. So. So. Was habt ihr nur davon? Ohohohohoho. Ohohohoho. Ohohohoho. Okay. Da ist erstmal clean. Ich räum' einfach mal runden auf. Ich räum' einfach mal runden auf. So, ich lass' euch einfach mal tun, ja? Das zeigt mir dann am Ende wahrscheinlich eh nur im Weg. Nicht auf euch hinunter. Ist hier irgendwas? Ist hier erstmal niemanden? Ich lauf' jetzt hier durch. Fuck, seriously? Bin ich jetzt auf die falsche Seite, oder was? Ne, das darf ich nicht. Hm. Ich kann auch ne Buchspüren, oder sowas. Puh, na gut. Ja, 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 komm, lauf' ein bisschen schneller, Meister. Aber das macht er irgendwie nett. Hier sind jetzt aber erstmal nur die drei Gegner. Also. Na ja, Explosion. Wo ist der denn eigentlich hin? Da hat er sich versteckt. Komm schon, komm schon. So, Nummer eins. Nummer zwei. Und Nummer drei, komm. Zeig' dich, zeig' dich, zeig' dich. Oh. Der Warleg. Cheater! So, hier war jetzt nix weiter. Kann ich jetzt runtergehen. Oh, ja. Oh, ja. Verdammt, Smoke. Nee, hier kann ich nicht lang? Das geht nicht? Okay, ich muss jetzt erstmal hier... Achso. Ach. Bin ich blind. War ja eigentlich ganz einfach. Oh Gott. Gibt's jetzt noch ne Verfolgungsjagd? Oh, ne Umstände mit der Polizei. Wenn ich es nicht mache... Hey, hey, nicht zu sagen, Alter. Es ist nur ein Schrapp. Der Doktor wird dir ein paar Stinchen geben, und dann gehen wir alle raus und feiern. Nein, wirklich. Ja, schieb' mich mal an, genau. Ich bin schon ein bisschen langsam. So, mal, Alter. Mach's mal, Alter. Ja, ich... 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 Ja, das ist, dass ich das freiwillig mache. So, da läst's jetzt. Jetzt kann ich immer ein bisschen Gas geben. Oder hinten um die Kuschel, guck mal. Und... Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Das geht mal wahrscheinlich nicht gut. Die Kiste macht schon gar nichts mehr. Die Zeit tickt. Oh, oh, oh. Muss ich die Polizei rechtzeitig genug abhängen? Komm schon, komm schon. Oh, ah. Was mache ich denn? Ich habe da nur ein bisschen gelenkt. Oh, da ist Licht am Ende des Tunnels. Nein. Ich weiß, ich weiß. Oh, fuck. Ich würde gerne. Oh, du machst immer ganz, was ich will. Was? Wer ist dieser Mann? Was? Dieser Mann, der Henry. Also, ich glaube, das müssen wir noch mal machen hier. Ja. Das Auto kann halt echt nichts mehr. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich die Polizei abhängen soll. Die hängen mich total am Arsch. Und ich schiebe mich ein bisschen an das gut. Erzähl mir. Das glaube ich nicht. Das ist glaube ich nicht. So, das war die Polizei. Das war die Polizei. Ich bin entschuldig. Ich weiß halt nicht, was ich irgendwie machen soll. Das Auto kann nicht mehr. Also, ich stehe halt voll auf der Bremse. Da bleibt doch auch keiner hängen von denen. Oh, 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 sag bloß, sag bloß, sag bloß. Nein, jetzt haben sie mich wieder. Arschbacke, du Arschbacke. Ich hätte es fast geschafft. Jetzt ein Berg hoch auch noch. Oh, 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 oh. Ja, das müssen wir nochmal machen. Selbst wenn die Polizei nicht hinter uns her wäre. So schnell kommen wir gleich in den Bergneithof. Ja, dankeschön. Okay, er ist tot. Oh Scheiße, die sind doch schon heiß auf mich. Woher wissen die das? Woher wissen die, dass ich hier gefährlich bin? Ich mein, das ist doch einfach nur irgend so ein Auto. Ist das hier oben oder unten lang eigentlich? Ich fahre einfach mal hier oben lang. In der Hoffnung, dass sich hier keiner Weg stellt. Okay, das ist schon mal deutlich besser als vorhin. Ah, da ist wieder Polizei. Scheiße. Na gut, das muss ich jetzt in Kauf nehmen. Und jetzt zeigt das Navi wieder woanders hin. Scheiße. Na gut, grad bin ich auch hier lang gefahren, also komm. Ja, 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 das hab ich ja schon tausendmal gehört. Ich guck jetzt mal kurz. Das ist, okay, es ist nicht mehr weit. Ja, also, well, Greco deals with a lot of guys in our line of work. You shouldn't need to visit them, Delvito. You've always been a quick killer. Must be a diet. Hm. Nein, 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 komm, du bist auf der anderen Seite. Du kannst mich eh nicht verfolgen. So, ich mach's hier nur. Hey, Henry, du wachst? Bleib mit mir jetzt. Ja. Häng da, Junge. Ja. Jetzt verstehe ich es erst so richtig, weil ich vorhin gequatscht hab. Ich kann's mal die Sauvaki von hier. Naja, ich geb, ich geb, ich geb mein Bestes, aber es funktioniert momentan ganz ordentlich. So, da leider rechts im Berg hoch. Bitte lauft mir nicht den Weg. Bisher ist nur eine, eine unschuldige Person, glaub ich, verletzt worden. Oh, fuck. Hier, bleib einfach auf deiner Spur, dann, dann passiert ja auch nichts. So, die Polizei hat mich zwar nur mal kurz ge... Oh, was ist denn da im Hintergrund los? Grafik-Action. Ach du Kacke. Können wir gar nicht hinschauen. Uh, ich muss das jetzt nochmal machen, weil das Spiel einfach abgestürzt ist. Oh, was ist das? Du willst Greco, die Doktor? No, ich bin der fucking Painter. Mein Freund braucht Hilfe, aber er wird blieb. Danke, Doc. Oh Gott, Henry. Wir haben ihn. Get ihn insid. Hallo, doch. Wait. Ich habe Geld für dich, für den Job. Take it. Du hast es, ich könnte es warten. Aber danke. Und hey, danke für alles. Ich hoffe, du bist okay. Ja, ich bin auch. Ich bin hier, was passiert. Ich bin hier in meinem Platz. All right. You have cash to repay your father's debt. Visit your sister. Oh, 2000. Jetzt können wir das tatsächlich mal machen. Sehr schön. Ja, aber beim nächsten Mal. Leute, so von diesem Hintergrund, mit dem nicht mehr ganz so schönen Auto, sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Und ciao. Ich bin hier in meinem Platz.